Bhagavad Gita, Vers 2.45 Die Veden handeln hauptsächlich von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Erhebe dich über diese Erscheinungsweisen, o Arjuna. Sei transcendental zu ihnen. Befreie dich von allen Dualitäten und aller Sorge um Gewinn und Sicherheit und sei im Selbst verankert. Erklärung Alle materiellen Aktivitäten rufen Aktionen und Reaktionen in den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur hervor. Sie werden mit der Absicht ausgeführt, Früchte zu ernten, die jedoch die Ursache für die Bindung an die materielle Welt sind. Die Veden handeln hauptsächlich von fruchtbringenden Aktivitäten, um die Menschen allmählich vom Bereich der Sinnenbefriedigung auf die transcendentale Ebene zu erheben. Arjuna wird als einem Schüler und Freund Krishnas der Rat gegeben, sich auf die transcendentale Ebene der Vedanta-Philosophie zu erheben, in der am Anfang Brahma, Chi, Hyasa, Fragen über die höchste Transzendenz gestellt werden. Alle Lebewesen in der materiellen Welt kämpfen sehr schwer um ihre Existenz. Ihnen gab der Herr nach der Schöpfung der materiellen Welt das vedische Wissen, um sie darin zu unterweisen, wie sie in der materiellen Verstrickung leben und sich gleichzeitig daraus befreien können. Wenn ein Mensch die Aktivitäten zur Sinnenbefriedigung, das Karma Kanda Kapitel, hinter sich gelassen hat, wird ihm in Form der Upanishaden die Möglichkeit zur spirituellen Verwirklichung angeboten. Die Upanishaden sind Teile verschiedener Veden, wie auch die Bhagavad-Gita ein Teil des fünften Veda des Mahabharata ist und bilden den Anfang des transcendentalen Lebens. Solange der materielle Körper existiert, verursacht er Aktionen und Reaktionen in den materiellen Erscheinungsweisen. Man muss lernen, die Dualitäten wie Glück und Leid oder Kälte und Hitze zu ertragen. Und indem man diese Dualitäten duldet, wird man frei von aller Sorge um Gewinn oder Verlust. Diese transcendentale Ebene wird erreicht, wenn man völlig Krishna bewusst ist, das heißt, wenn man in jeder Beziehung von Krishnas Wohlenwollen abhängt. Die Beziehung von Krishnasien